weiter geht es mit einer neuen Folge der Red Dead Redemption 2 und ja Freunde wir machen jetzt die nächste Mission ich muss mein Hut auf, ich hab' ich noch nicht verloren keine Ahnung was machen wir jetzt nächstes Karte Prozent es gibt sind jedoch Stahl, Neusfeld wollen wir heute nicht Salon wir haben nur neue Missionen glaube ich und zwar müssen wir hier hin erstmal Herr Strauß möchte mit uns reden Jo und das machen wir jetzt auch, gehen wir da mal hin vorsichtig wie gesagt wir sind haben eine neue Frisur hey warte mal da braucht jemand unsere Hilfe ok hey Kumpel hey ja 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 Ich bin so glücklich, dass ich einen Freund habe in einem langen Zeit, langen, langen, langen Zeit. Mein letzter Freund stirbt. Das war mein Fass. Sie sagten es, aber sie waren falsch. Es war Spaß mit dir, Herr. Und ich habe dir einen zweiten, Herr. Kann ich? Äh. Raubt mich bloß nicht aus, ja? Und tschüss. Ja. Du fucks mit, aber nicht, oder? Ey. Hallo? Hey, move! Hoppala. Hups. So. Warte mal. Das irgend so'n Brief. Da gehen wir, glaube ich, auch noch mal hin. Ach, Freunde, was ich noch vergessen habe, ne? Nein, die will ich gar nicht. Ähm. Und zwar ein Inventar. Wir haben doch so Bilder bekommen, ja? Ähm. Die drehen wir mal um. Und lesen die. Okay. Das heißt, ihr müsst mir auch so'n Ziel jetzt angezeigt bekommen, oder? Oder nicht? So, das benutzen wir ja auch mal. Umdrehen. Und lesen wir die auch. Die ist ja, die werden uns angezeigt. Benutzen. Umdrehen. Und auch noch mal lesen. Lesen. Äh. Gesucht in acht starten. Okay. Also sind das doch. So, äh. Ja, siehst du. So, und dann den hier noch. Umdrehen. Und auch noch mal lesen. Boah, hier sind alles Schwerverbrecher. Gott, und wir gehen jetzt ja immer in die Post rein. Hallo. Mr. Postman. Howdy. So, der Train, der in den Grizzlies wurde, hatte Mr. Cornwalls Auto in ihm. Danke. Okay. Ne. Hier gibt's also nix. Gut. Reden wir mit unserem Freund. Reden wir mit unserem Freund. Der hat einen Auftrag für uns, glaube ich. Den wir jagen waren. Wegen den Bären. Ja. So, Molly mein Mädchen. Schaffst du das? Das ist die Rabe. Ist doch nur starke Frau. Also die schnellste ist sie auf jeden Fall nicht. Es gibt auch, glaube ich, noch schnellere Pferde. Aber Streit draus tut fürs erste seinen Anfang. Sein Pferd ist schmutzig. Okay. Bist du mir gleich mal ein bisschen Liebe geben, der Molly. Gott. Strickeln wir sie mal ein bisschen. Strickeln. Come on. Füttern. Und streicheln. Gut. Was haben wir hier? Hallo. Lenny? Five Finger. Feilt spielen. Um das zu machen. Okay. Spielen wir eine Runde. Lenny? Hey, Offa. Das ist nicht so stark genug, nicht? Depends. Warum? Du fühlst dich glücklich? Hast du? Oh, bevor ich? At least sechs Generations wurden in Chains. In den letzten drei Jahren bin ich von jedem Lawman und Bounty Hunter. Westerländer. 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 So, ja. Ich fühle mich glücklich. Ich bin das Leben und Bounty Hunter. Das ist eine Art von sehen. Aber ich bin auch glücklich. Und in diesem Spiel, du musst du glücklich und glücklich sein. Und glücklich sein. Die Trinität. Glück, glücklich, und nur eine Dose von glücklich sein. Komm schon. Du bist nicht zu alt und zu langer. Nach dir. Wie du willst. Du wißt du, wir sollten zurückgehen nach dem Berg. und machen Jenny ein properer Grad. Üben. Was muss ich jetzt machen? Okay. Okay. Au. ok spielen um 10 in ok 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 Fingerspiel ok scheint doch einfach zu sein gut verlassen werden wir wichtiges zu tun und keine finger spülen spielen aber coole sache auf jeden fall so wir müssen auf jeden fall jetzt mit dem anderen reden ich hab's in meinem Rat vergessen wo ist er warte mal Karte mit Strauß stimmt die Karte weg wo ist Strauß wo bist du denn Herr Strauß ach da oben ist er Herr Morgan Herr Morgan Herr Strauß du bist du mein Freund warum ich will cut you in loaning all ready you know how it is people is happy to borrow off someone like me but more enthusiastic paying back to someone like you of course who are they hmm let me see a chick matthews works at guthrie farm he's a hand i believe mr robel the small holder at painted sky runs the operations there badly miss lily millet is a ranch made up at emerald ranch here was me believing dutch is bluster about us helping folk it's legal work mr. Morgan debtors belong in prison we are doing them a favor ah i'll make sure they see it in them terms put the debts in the deed box and try not to kill them it's very bad for business ok wohin muss ich jetzt schuldeneintreiber alles klar so Arthur when I was in Valentine knows in about I think I found something interesting what's that, Tilly? well I'm not exactly sure something about the doctor's office there's something funny going on there I saw a bunch of nasty boys going in and none of them coming out hmm hmm thank you maybe I'll go take a look anything else? no just that well keep looking well we'll do then can I just Raubüberfall tip ok alles klar there's so much to do friends there's so much to do friends with SS just right there's some of these there's so many well and there's some of these you can refer this to me that's 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 in fact Und dann gehen wir auch mal auf dem Rückweg noch mal jagen, denn wir müssen auch noch mal ein bisschen hier den Beitrag leisten für das Camp. So. Aber warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hier links wollen wir. Oh, shit. Oh nein! Direkt erschossen! Tod, ja. Toll. Eigentlich wollte ich ihn befreien, so den Mann, ne? Egal. So, er muss dich zu lange nachladen. Das hat wohl nicht so hingehauen, wie ich es mir dachte. 15 Dollar, okay. Molly? Bist du da? Okay, schade, das hat nicht geklappt. Und mein Hut ist auch wieder weg. Äh, warte mal, warte mal, warte mal. So, hier links. Egal, ich wollte helfen, Kumpel. Ich wollte dir helfen. Gut, durchsucht mir das Gebiet. Hau, hau, Mr. Robo. Ach, Gott, damn it. Äh, 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 äh. Ich bin hier aufgrund von Leopold Strauss. Wo ist unser Geld? Leopold Strauss. Ich habe keine Geld. Verdammt, du sprachst nicht Englisch, oder? Gut, dann gehen wir. Jetzt, du weißt, wo du das Silber gehalten hast? Ich brauche ein bisschen Zeit. Ich finde die Geld. Ich verstehe noch mal. Wo ist das Geld? Gold, Dollar! Ich habe nichts. Wir drohen erst mal. Nein, 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 nein. Bitte, nein. Ich habe kein Geld, aber ich habe das. Es ist gut. Es ist gut. Es ist wertvoll. Nein, nein, nein. Er ist... Er ist Varschava, ja. Ich habe deine Dinge. Okay? Ich habe... ... irgendwas hier oder da drin? Ich habe... ... irgendwas in hier oder da drin? Ja. Irgendwie tut mir gerade ein bisschen leid, aber egal, wir müssen das machen. Ja, gut, ja. Aber so war das früher, ne? So, warte mal. Hier ist nichts mehr. Hier kann ich also nichts mehr nehmen. Was ist denn das hier? Das goldene? Ja, das Schrank. Erstmal schließen. Hier waren wir schon. Hier kriegen wir irgendwie nichts mehr zusammen. Was ist denn da in diesem Haus? Wurder ich schaue, desto besser ich komme... Hier ist noch ein Schrank. Neben... Nein, 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 nein. Ja, 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 ja. Hier ist nichts mehr. was haben wir denn hier schönes ne jacke kommode durchsuchen schublade durchsuchen noch eine schublade durchsuchen und noch eine schublade ließen hier ist nix hier ist nix gescheites ist auch nix wenn man hat doch gar nix da kommt es immer noch da gut hier ist nix was ist denn hier in dem schrank drinnen auch nix gescheites was ist denn hier in dieser truhe auch nix was haben wir denn hier noch nix vielleicht beim bild hier noch irgendwas auch nix warte mal hat er hier noch ein dach auch nix hier waren wir noch nicht nehmen ach das war schon okay okay so karte gut einmal spenden wieder zurück ins camp und dann ist die folge auch wieder vorbei auf 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 Und es wird wieder Nacht vorne. Es wird wieder Nacht. Der Tag ist zu Ende. Die Nacht bricht herein. So, wir machen uns aber die Schulden. Bill, ich bin's, Kumpel. Erkennst du mich nicht? Guten Abend. Lagerkasse 108. Da kommt auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen was rein, denn wir haben die Schulden eingetrieben und die geben jetzt auf jeden Fall ab. Ja, einen Moment. Oh, jetzt muss ich mich erst mit der unterhalten. Gut, das war's. Danke. Ich kann jetzt endlich mal die Schulden einserfen. Gut, leisten wir auch nochmal unseren Beitrag, oder? Ähm, wie viel geben wir? Gegenstand spenden, oder? Yo, spenden wir die Uhr hier? Ich finde, das ist okay, oder? Gut. Gut, Freunde. Ich würde sagen, das war's wieder mit dieser Folge. Okay, in der nächsten Folge, guck ich nochmal schnell auf die Karte, was wir da machen. Ähm, was ist denn hier mit den Vorräten und der Munition? Wir gucken da noch einmal schnell rein, wie es ist dann auch zu verzeichnen. Heißt das, da ist zu wenig, oder wie? Ich habe nicht genügend, ich mache zu wenig, oder? Erstmal zur Kontrollbuch zurückkehren, okay. Wieso? Was ist hier? Kontrollbuch? Ah, hier. Die erste Seite des Kontrollbuches zeigt die neuesten Weiträge aller Gefährten zur Lagerkasse, okay. Blätterte zur nächsten Seite, um die Dagerverbesserung zu sehen. R1. So. Erhöht die Vorräte des... Und fügt Schlammöl hinzu, um dein Dead Eye aufzufüllen, so wie... Für den... Kauf für eine Verbesserung für deinen Lager, okay, kaufen. Gut, haben wir jetzt gemacht, oder? Gut, sehr gut. My pleasure. Well, wenn es ein pleasure ist, du bist, da ist ein anderer. Das Farmer-Preacher-Fellow-I-Met-In-Valentine, Mr. Downs. The opinionated little do-gooder? Ja, ich weiß noch einen. Ich weiß natürlich den typen. Thank you, Herr Morgan. There's no need to think me. Like you said. It's pleasure I'm after. He's more slippery than it seems. I've tried being polite. Don't take any nonsense. Nonsense, me? If he doesn't have the money, beat him. Well, you'll do it. I know. I know. Okay, noch mehr Schulden, die wir eintreiben müssen. Ähm, was ist das hier mit diesem Ausrufezeichen? Das verstehe ich auch nicht. Heißt das denn, äh, da fehlt was? Oder wie ist das zu verstehen? Ähm, Schlachter ist im Moment nix los. Der schläft. Der gute Aber. Das war's mit der Folge. In der nächsten Folge können wir uns spenden um die nächste Mission. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch noch ein bisschen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.